Ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Vermehr? Könnte ich auch mal. Rembrandt? Genauso. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig? Nee, finde ich nicht schwierig. Eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich für Älter geworden bin. Für mich war malen nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach drei Tagen gefragt. Ich habe so Gemälde gekauft, habe es dann auch restauriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Händler sagten, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen. Wenn das so ist, habe ich mir überlegt, wieso malst du es dann nicht komplett neu, ne? Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team, das geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuscheiden. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. So, jetzt haben wir wieder den Original-Bazeloner Dreck von 1915. Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Standen sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Wir hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel Arbeit hat. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte sie aufgenommen. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für eine halbe Million als eins für 10.000. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Ich hätte mir so gern Palazzo in Venedig gekauft. Ja, dann habe ich den Palazzo in die Celle getauscht. Man kann vielleicht sein, dass es ein bisschen mehr gibt. Dass der jemand sagt, das ist ein Campendong, wie er lebt und lebt und auch noch einer der schönsten. Ja, hat er doch recht.